Guten Tag und willkommen zu diesem kurzen Informationsvideo. Es geht um den Textaufbau von den GT-Folgen, um den Titelaufbau von den GT-Folgen. Also ihr seht es ja hier schon auf dem Bild, das ist der alte Aufbau, das ist halt Titel, dann der Modus, dann welche GT-Folge ist und dann halt noch Triple LPDV dahinter. Das ist jetzt zum Beispiel in GT-Folge 27 ist es halt Triple Energy-SkyWars-GT27 Triple LPDV. Jetzt ist das Problem, dass dieser Titel mir zu lang ist, der ist so ein bisschen sperrig und unangenehm und deshalb habe ich mich jetzt entschieden, ich lasse einfach das Modus aus dem Titel raus und mache auch kein Triple LPDV dahinter, weil das ist eigentlich richtig überflüssig. Ich weiß ja sowieso, dass es von Triple LPDV ist, das erkennt man ja an meiner Stimme. Ja. Und das würde dann bedeuten, der neue Aufbau wäre dann halt Titel-GT-Folge. Den habe ich jetzt zum ersten Mal benutzt in GT-Folge 29. Da sieht es nämlich so aus, Turmverteidigung in Minecraft-GT29 und das erlaubt halt auch längere Titel und es ist dann nicht so sperrig und es gefällt mir eigentlich ganz gut. Ihr könnt mir schreiben, was ihr davon haltet. Ich weiß jetzt nicht, ob das euch großartig interessiert, aber ich habe euch ja nicht allzu viel Zeit jetzt mit diesem Video geraubt. Wir sehen uns dann am nächsten Triple Thursday oder Fallout Friday. Eigentlich ist hier heute der Triple Thursday, aber ich habe es nicht hinbekommen, fort zu produzieren. Gestern Abend hatte ich einfach keinen Bock, ein Video zu machen. Hat er eigentlich genügend Zeit, aber wenn ich keinen Bock habe, dann mache ich einfach kein Video, weil ich gescheite Videos produzieren will. Okay, wir sehen uns dann morgen. Da kommt dann wahrscheinlich die GT-Folge 30 und übermorgen kommt dann Fallout Friday. Der wird dann halt verschoben, damit immer einen Tag Abstand hat. Bis dahin, ciao!